Ja, meine Damen und Herren, ich stehe hier vor dem goldenen Koran und ich möchte Ihnen hier diese wunderbare Pflanze in den Stahl geschnitzt von Krupp, glaube ich, importieren. Eine wunderbare und ganz fantastische Pflanze, 4711 und eine geprüfte Sicherheit. Wunderbar. Ich suche gerade eine TÜV-Plakette, finde ich jetzt so schnell zu. Au! Oh, ein Nothubschrauber drohen hier, das war aber gar nicht vorgesehen. Das lag jetzt an dem Verletzten hier, der ist so ungegehalten und hat vorbeigegangen. Das war's.